Leute, ich weiß nicht, irgendwie, das ist ein größtes Medium, irgendwie, ich schau aus wie ein Lopolo, keine Ahnung, auf jeden Fall, United Runde 2, ich bin bereit, ich hoffe du bist auch bereit, Intro, let's go! Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zweiten Folge United Icon, ja meine Freunde, es ist jetzt wieder soweit, die zweite Teambuilding Folge kommt und ich möchte mich für die erste schon mal bedanken, danke für zigtausend Daumen nach oben, ich glaube knapp 2600, das ist für mich sehr, sehr viel, danke euch dafür, ich hoffe ihr könnt das wiederholen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da für den Community Pick, vielen, vielen Dank Leute, sehr, sehr freundlich. Jetzt ist die Frage, wem habt ihr reingevoted? Natürlich mit weitem Abstand, Eden Hazard, für den bin ich euch sehr, sehr dankbar, nur wegen United habe ich Hazard überhaupt gemacht, ich habe immer in meinen Streams gesagt, ich werde ihn nämlich nicht machen, er wird ihr Team of the Year kommen und so weiter und jetzt, ich bin euch ultra dankbar, 159 Spiele, 113 Tore, 113 Vorlagen, er ist einfach zu krass. Der zweite, den habe ich mir jetzt gepickt und der zweite, den habe ich mir gepickt und ich habe wirklich über eine Stunde gebraucht, soll ich den nehmen, soll ich den nicht nehmen, ich war echt am Struggle, weil anfangs, ich habe das erst seit heute so, heute Samstag, also das Video sollte auch am Samstag online kommen, ich habe das erst seit heute so, gestern, ich habe ein bisschen gespielt, damit Matuidio Loyalität kommt, weil ich habe gestern noch die 433 gehabt, heute bin ich erst darauf gekommen, yo, das kannst du ja so machen, dass der zumindest auf 7 kommt, Hazard kommt auch auf 7, der war vorher, glaube ich, Hazard war vorher auch auf 7, jetzt kommt er auf 8 und dann 7, 7, das ist sehr, sehr gut, ich hatte davor 95 Chemie, jetzt habe ich 99 Chemie, also dieses Team ist auf jeden Fall spielbar, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht warum, Hazard ist bei mir jetzt ZOM und irgendwie erweicht die ganze Zeit RZM aus, ich hoffe, das ist jetzt nicht so, ich habe 3 Spiele davor gespielt, blende ich euch ein, einen davon habe ich sogar auf Twitter getroffen, wirklich, die Welt ist so klein, GG nochmal an der Stelle. Warum immer auf Wärmspiele und so weiter, dadurch, dass ich momentan nicht so arg intensiv spielen kann, ich brauche das ein bisschen für meine Mechanik, damit ich ja wirklich meine Reaktionsfähigkeit on top habe, mal guck mal an, die 3 Ergebnisse, die waren eigentlich so geil, also ich hätte das alles mitgenommen, ich hoffe, ich werde das Ganze wiederholen, ich gehe jetzt ins erste Spiel, meine Freunde, let's go! So, Leute, der erste Gegner ist gewundene, Abfahrt, ähm, ich habe gesehen, oder ich bilde mir an, dass ich von Ronaldinho nicht den Step-Proof gezeigt habe, aber von Hazard, Leute, ich zeige euch ab jetzt nur den Hazard, ein Silber-Team Ibabu, Cristiano und Podolski, okay, japanesische Liga, Japan, hehehe, okay, man kennt den, alle meine Stream-Zuschauer, Grüße gegen Rosenheuk, und ja, Leute, ich bilde mir an, dass ich euch Ronaldinho nicht gezeigt habe, Ich zeige euch jetzt den nächsten Spiel, also nach dem Spiel Hazard, und nach dem zweiten Spiel zeige ich euch auch nochmal Hazard, okay, let's go! So, der erste Angriff, wird das ein guter Angriff, wird das ein Finisher-Angriff? Es wird ein Finisher-Angriff, oh mein Gott! Was für ein geiler Abschluss, Matuili spiele ich, by the way, gerade wirklich im Sturm, genauso wie ich es euch gezeigt habe am Anfang, nur halt in der Rorte, linker Stürmer, was für ein Abschluss! Oh mein Gott, ich spiele halt richtig riskant gerade, wer meine Taktik kennt vom ersten Video, also vom ersten Teil, da ist die Taktik nochmal eingeblendet, aber krank! Jetzt spiele ich quasi nur mit einem ZDM, alter! Ich glaube, das war sogar ohne Time-Finish! Come on, der nächste Angriff, bitte werdet ein Tor, werdet ein Tor, ja, ich glaube sogar, er hat den Torhüter gesteuert, 0 zu 2, bitte quitte nicht, ich brauche die Münzen, bitte nicht! Ich bleib noch, ich brauche Münzen, tu mir das bitte nicht an! Mann, krass, ich kriege 100k drauf, aber es sind 160k dann, nur! Peace! No! Bleibst du noch? Er quittet, Leute! Ah, bitter! Wieso, wenn ich dann noch einen, oh, Leute, come on, Ronaldinho, hat der überhaupt jetzt den Scorer-Punkt geschafft? Okay, er hat zumindest jetzt den Scorer-Punkt geschafft, aber Leute, Mann, das ist jetzt gerade, ja, nicht so geil, sagen wir es so! So, 160.000 Punkte, weißt du nicht, welche Spiele sich da ausgehen würden, die ich mir in meinem Kopf vorstelle, aber machen wir weiter, Leute! Zweiter Gegner, ah, nein, Step-Proof, Step-Proof, genau, bleiben wir mal an Ankert, Step-Proof, Abfahrt, so, da ist ein Hazard, den Hazard zeigen wir euch! 160 Spiele, 114, 114, so, jetzt nochmal kurz Ronaldinho, 240, weil ich weiß echt nicht, ob ich euch den gezeigt habe! Zweiter Spiel, Alter, Leute, ich bin echt überrascht, Düsseldorf gegen Berlin, 4-2-1, GG an der Stelle! Let's go! Was hat der Berto für ein Team? Einfach noch strecken! Und Serie A, ai! Serie A wird schwer werden, weiß nicht, Serie A ist irgendwie ein Kopfsache-Problem, weil die einfach gut verteidigen können, ich bin sehr gespannt, Elscheider-Wi, Bruder-Li ist auch am Start! Gut, Leute, let's go! Und Ronaldinho, 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 ja, 1-0! Was für ein Love, viel Pass, boom, 1-0 Ronaldinho, sein erstes Tor in dieser Episode, 50k, ich glaube 210.000 Korns haben wir, es ist nicht genug, ich bin nicht zufrieden! Aber schön, dann der Time-Finish, ich glaube, der, nein, Tor wird gerade nicht bewegt, weiter, weiter, weiter! Und der nächste Angriff, Leute, der nächste Angriff, und, oh mein Gott, was für ein Schuss, Eden Hazard, unser Neuzugang! Matuidi hatte vorher die Vorlage von Ronaldinho gegeben, und jetzt Hazard, der zweite Neuzugang mit dem Tor, was für ein geiler Time-Finish, Longshot! Oh mein Gott, fünfte Minute, 2-0, was für eine Folge, boom, let's go, schöner Abschluss, holy shit! Und am Anfang sagte ich noch, da wird es schwer werden, Tore zu schießen, fünfte Minute, zwei Tore! Oh mein Gott, bitte, 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 ja, das ist die achte Minute, Leute, die achte Minute, haha, Doppelpack, 3-0, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin gerade so leichter, drei Chancen, drei Tore! Nein, 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 bitte, nicht uns! Der nächste Angriff wird eingeläutet, und der nächste Time-Finish, nein, kein Time-Finish, Ball, Servus! Ronaldinho, Ronaldinho, nein, jetzt aber, jetzt aber, oh mein Gott, 4-0, 17. Minute, bitte lass mich kurz rechnen, wenn er quitten würde, es würde sich ausgehen, Leute! Mann-Spieler-Plus würde sich ausgehen, Abfahrt, oh mein Gott, ich bin glücklich! Nein! Okay, was wird das? Drag-Bag! Oh mein Gott! Und der Konter, Leute, der Konter, kein Konter, doch, 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 wird es ein Konter? Nein! Wir geben keine Ruhe, Leute, wir geben einfach keine Ruhe, oh mein Gott! Ich weiß nicht, Leute, es tut mir leid, es soll nicht zu übertrieben klingen, oder rüberkommen, aber ich fieber gerade mega mit, weil, wenn ich dieses Spiel so halte, und noch, glaube ich, ein oder zwei Tore schieße, dann habe ich meinen Wunschspieler, auf den ich gewartet habe. Ja, nur zu 5! Dann habe ich meinen Wunschspieler, wie viele Coins habe ich denn gerade? Ich weiß es nicht, also ein Quit wäre jetzt sexy, muss ich zugeben, Leute, wäre jetzt sexy, genauso sexy wie deine Jubelpose gerade, Abfahrt. Gut, Leute, er hat jetzt das erste Mal auf Start gedrückt. Gut, Leute, erstmal kein Quit. So, Mann! Komm, ein Tor noch. Ein Tor noch, ein, elf Meter, elf Meter! Ja, ich traue mich jetzt nicht in die Mitte zu schießen, oder doch auf die Mitte, machen wir mal. Oh, okay, 0 zu 6, 0 zu 6, Ronaldinho, vier Tore. Ich habe letztes Mal für die Aufnahme drei Stunden gebraucht. Und jetzt sind es 53 Minuten. Ja, 53 Minuten. Mann! Mann! Oh, no! Nein! Oh, ich habe das Gegendor bekommen. Ein Tor muss ich noch nachlegen! Anstoß, halb, ich glaube, der zweite, Ronaldinho, minus 30k, aber 50k drauf, das heißt 20k gewinnt. Sehr gut! Wie viele Tore hat der Brasco geschossen? Fünf? Wo ist ein Longshot-Schütze? Da! Da ist ein Schütze! 1 zu 8! Oh mein Gott, das ist eine Packung! Und ich brauche das, ich brauche das, ich brauche die Münzen! Holy shit, und das in Folge 2! Sehr stark! Aber 1 zu 8, Leute! Ich bin so geheimt! Ich weiß leider Gottes jetzt gerade gar nicht, wie viele Korn es ich habe. Ich rechne das jetzt nochmal kurz zusammen. Fünf Tore Ronaldinho, drei Tore Hazard, also ist schon mal. Und drei Vorlagen von Matuidi. Und nochmal zwei tolle Vorlagen von Hazard. Ihr habt mir da zwei Neuzugänger reingebaut. Holy moly! Lasst, wie gesagt, noch gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der Pauswahl wieder. Bis gleich! Wieder einmal danke an euch fürs Zuschauen. Mir hat es auch beim Schneiden mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es beim Zuschauen Spaß gemacht. Und aus gegebenen Anlass habe ich das Ganze mit Pfeilen markiert. Ich glaube beim 3 zu 0 im zweiten Spiel, weil der Spieler vom Gegner stehen geblieben ist. Er hat den Torwart gesteuert. Und ja, um bestimmte Kommentare zu vermeiden, habe ich euch das nur noch deutlich markiert mit den Pfeilen. Aber kommen wir jetzt zum Voting, Leute. Ich habe mich für das ZM und für die Außenverteidigung entschieden. Und da ist jetzt einer, den ich unbedingt haben möchte. Ich möchte wie in der Folge 1 nicht näher dazu eingehen. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass ich eine Rolle spiele, dann wählt ihr den richtigen Spieler. Wählt gerne in der Infokarte ab oder in den Kommentaren. Mich interessiert das extrem. Für welchen Spieler habt ihr gevotet? Und welcher Spieler ist euer Spieler 2? Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Feedback. Däumen nach oben. Und wenn ihr ein Neues habt, hinterlasst gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.